Yo Freunde, was geht? Bei mir geht so einiges und zwar bin ich heute in Köln, heute ist Donnerstag und Freitag, Samstag, Sonntag bin ich in Stuttgart auf der Comic-Con und verkleide mich auch, habe eine extra Visa, Justin, alles drum und dran und die ganzen Live-Zeit der vier Tage werdet ihr jetzt hier miterleben, also jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesen Videos, Peace! Was machst du denn? Ich mache Brustschuttern. Ja okay, dann mache ich mir Brustschuttern. Ja? Ja. Du kannst ja morgen hier noch trainieren, wenn du willst. Ja, ich wollte morgen früh machen, so um acht. Ja, das ist gut. Weil dann fährst du wahrscheinlich weiter nach Stuttgart. Ja Freunde, ich bin jetzt da. Ja, danke Brudermann. Na Digga, wie geht's dir man? Gut, sehr gut. Nice, nice, nice. Mega fette Motivation für mich gewesen Digga, deine Videos wieder Digga. Ja, bla bla bla, du hast eh nicht. Wie du wiedergekommen bist. Ja, ruh zum Bruder Digga, weil du bist auch ein bisschen härter Digga. Ja, ist egal. Wir sind vom Schlag gleich. Ich weiß ganz genau so, du bist auch genauso einer wie ich, also wenn auch dir das wieder fahren würde, dann würdest du genauso zurückkommen. Ja, aber erstmal kurz im Kopf sterben und danach wieder richtig Gas geben. Ist so man Digga. Ist so. Ja, aber nice. So, bei Andre gibt es jetzt Pre-Workout, Magnum, Aymond. Erik kennt sich jetzt gerade noch mal ein Instant-Aus, denke ich mal, mit... Ne. Malto und Isola wahrscheinlich nur, ne? Richtig, Mann. Ich hab noch nichts gegessen, Alter. Und auf jeden Fall ein bisschen Energie. Ja, dafür hab ich jetzt mal ein Eis. Ich hab auch noch nichts gegessen heute. Eis erst mal gönnen. Ja, Mann. Nietzsche. Liebe prince! Ja. Knut. Das ist mein Spray-Ballon! Schau, Alter, was ist das für ein Pumpetipp? Boah, Junge! Schau, Alter, was ist das für ein Pumpetipp? Boah, Junge! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 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 So Freunde, ihr wisst wo wir sind. Ja man, hier sind wir diese richtig geile Eisdiele. Was mit Schmitz heißt das wieder hier, Bar Schmitz oder so. Fibo habe ich ja irgendwie so 15 Eiscugeln gegessen hier. Katja hat auch irgendwie 12 oder 30 Eiscugeln gegessen. Kompliz heute, Freundin. Grüß an euch. Und ja man, jetzt geben wir uns wieder Eis. Mal schauen, wie viele Eiscugeln diesmal. Ha 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 ha. So ist angekommen, wollte eigentlich noch Cinnamon Buds holen hier in Köln. Ich habe jetzt mal einen neuen Laden aufgemacht. Boah, hier ist es echt heiß. Wir können hier gar nicht so gut reden. Und der hat mega viele Treppen, die wir hochlaufen müssen, um hier reinzukommen in sein Haus. Ich bin hier auch vorne am ölen. Hier ist es echt heiß drin. Auf jeden Fall haben wir den Laden nicht gefunden. Sind wir zurückgefahren und rauchen jetzt Shisha. Ja man, Honig, Waffelgeschmack. Mal gucken, wie es schmeckt. Wir sind jetzt im Bootshaus angekommen, Leute. Mega Bock, ich war noch nie so früh hier. Hab schon richtig, 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 richtig Bock. So lange bisher. Und ja, wir haben das Halbzehen. Bootshaus gleich safe. Vorher Dolf, danach Yellow Claw. André Potriest ist auch hier am Start. Safe. So, und. Gesundheit. Es kamen zwei Follower vorbei. Die haben extra auf mich gewartet auf dem Parkplatz. Grüße an euch auf jeden Fall. Wenn ich die sehe, müsst ihr unbedingt ins Video kommen. Die haben mir Wiesnitz geschenkt. Andere Schokoladen-Sachen geschenkt. Und Monster Energy für den Fokus hier ist beim Festival. Deswegen vielen, vielen Dank, Freunde. Alle Schokoladen-Manager das, würde ich nicht zeigen. Das war's für heute. Hey, 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 hey! Yellow Butter Bucking! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 3, go! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, go! Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall tot. Also richtig, richtig death. Also wirklich richtig nass, Digga. Tot, Digga. Taub auf den Ohren. Waden sind auch taub. Chao Leben. Aber, Leute. Du hast 3, 8 Uhr Beintraining. Ist so. Ich mach Rücken. Leute, ohne Scheiß. Das ist das Schönste, was es gibt. Das macht so den Kopf frei, Leute. Und, wenn ihr Stress habt, hört einfach Musik, Mann. Aber unsere Musik. Hier fahr jetzt nach Hause. Erstmal umziehen, Mann. Shirt ist ohne Scheiß so richtig klitschend. Ich hab echt, keine Ahnung, ich bin echt schweilt. Das fuck fühl ich mich gerade. Und, ähm, ja, Mann. Mein Schirt kann ich ausfrigen. Auf jeden Fall safe. Aber wir wollen noch was spachteln. Mal gucken, was wir so finden. Ich hab auf jeden Fall Bock auf Eis. So, Freunde. Late-Night-Snack. Wir müssen ja die Flachheit bekämpfen. Deswegen jetzt, Freunde. Gute Nacht. Wir essen jetzt auf und dann gehen wir schlafen. Für mich geht's jetzt dann morgen früh nach Stuttgart. Ich wollte so um gegen 8 Uhr, 9 Uhr punkten gehen. Im Extra-Fert nochmal Rückentraining durchballern. Da werde ich so gegen halb 11, 11 von Anke Bob abgeholt hier aus Köln. Und fahr dann weiter nach Stuttgart. Da hast du dann die Comic-Con. Und dann nehmen wir euch mit. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit der Comic-Con auch wie Docs. Also, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch eingefallen. Daumen hoch und geben, Freunde. Bis zum nächsten Video. Peace. Aus.